Die halten schon ein bisschen mehr aus. Wenn ich Wanderflug nehme, ist er dann tot? Also sterbt er dann ent... Alter! Ich weiß nicht, ich hab jetzt meinen letzten Wanderflug dafür ver... Nein. Leider ist er dann nicht tot. Für immer. Hey. Na knapp. Okay. 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 Die retten ist nur ein kleines Problem. Krieg ich jetzt die Tür hier auf? Okay. Ich kau' wieder ab. Ich will mich einfach dazu. Schlau machen. Okay. 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 Dann googlen wir nochmal. Tut mir leid. Okay. Okay. ich lese gerade. Okay. 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 das Feuerrad. Okay. 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 Ich will mich jetzt nicht sehen. Dann lache ich aber. Alle. So. Ciao. Ich mag die irgendwie. Die drüß seine Ruhe. Rumbetet oder was auch immer die macht. Frisst ein paar Menschen oder so. Die ist voll mein Typ, yo. du 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 bist weg du bist weg v 해요 du 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 dann ein explodieren köpfe ich mag die auch gar nicht So, wo ist hier links bitte schon ein ganz kleiner Weg? Ja, da ist ein kleiner Gang, ist ja klar. Aua. Und da soll angeblich ein Magier sein, der Feuer wirft. Äh, Feuer schießt. Ach, das! Okay, das hab ich nicht gesehen, das tut mir wirklich leid. Wie konnte ich das übersehen? Und da hat eine coole Lampe gehabt. Nee. Oh. Leuchtfeuer entzünden! Leuchtfeuer wurde entzündet, Aushöhlung umkehren, ja. Ist für die denn noch da? Dann die Coat gleich mal Overwatch spielen, so weit ich mir mal... Entweder wenn wir das Spiel durch haben, oder wenn wir weiterkommen, mal gucken. So, kann ich nochmal entfachen? Ja, das geime Ritual, so. Hebe drücken. Oh, Iigit. Jetzt erst merkt das als Kellerasseln, oder Blutegel, oder was nochmal das sind. Alles Viecher. Wer sitzt, wenn... Macht, wenn nicht. So. Du, 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 du... Oh, cool. 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 Ah, nicht so cool. Okay, der Typ kann Feuerwehr werfen, das merkt man. Okay, tschüss. Voll die coolen Grabstätten, erinnert mich an Skyrim. Aber so gut wie jede Skyrim... ...Grabstätte... ...Grabstätte. Die stehen aber auch wieder Aero. Oder nicht? Nein, du nicht. Gute Tricks haben die drauf. In einer Stunde, oder... Oder wann willst du Aero Watch Talken? Mal gucken. Mal gucken. Yay, Soldatenseele. Dafür bin ich gekommen. Falkenschnabel. Oh, das klingt interessant. Mal angucken. ... Falkenschnabel, Falken, 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 Falkenschnabel, 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 Falkenschnabel. Ach, das ist kein Schwert, das ist so ein blöder Stock, wie heißt es? So ein Pika, wie heißen da, ich vergesse die heißen, egal. Dump, 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 D Wain, Wain, Wain. Au. Also, die Magier hier in der Near sorgen dafür, dass die Skelette nach ein paar Sekunden wieder ausstehen. Das ist nicht so nice. Nicht so lecker. So, ich muss die Koffers wegbringen und habe deswegen die Antwort nicht gehört. Äh, ja, also, keine Ahnung, mal gucken. In einer Stunde, ja. Aber ich will hier spätestens, äh, entweder, wenn, wenn, wenn ihr hier, wenn ihr hier ist gut vorankommt, spiele ich das Spiel durch. Und ich hoffe, dass ich es durchkriege. Oh, ich will zu den Typen da hinten hin. Vergiss das Ding voll durchgehend. So. Da geh ich noch nicht hin Was ist das hier? Alles kaputt, Mann Grab mal Was soll das hier? Höhöhöhöhöh Ah Weißer, walken, cool. Alles sich mit Fallen ausbildet, interessant. Hä? Hä? Schon wieder? Ja, ich schreck mich nicht so. Verdammt. Au. Man, die Dinger machen kaum Schaden, also wird schon ein bisschen boosted. Wenn ich jetzt hier rein rennen? Das passiert nichts. Ah, okay. Oh, der wird dann wieder aufstehen. Das heißt, hier ist wieder so ein Magier in der Nähe. Oh. Au. Die Dinger können einen richtig gut verarschen, muss ich zugeben. Mhm. mhm. luôn. Lulul... lulellul... ...lu- ...lule... lule... ...lulelel... ...lulelele... ... lololololo. Hey, ich habe dich gefunden bis mal aufrunden. Hey ho hey ho ho. Da fallen sie runter, wie deine Mutter. Und rein damit! Baumi ist wieder da. Das ist ja schön. Okay, darunter würde ich es auch nicht fallen. So. She ate the witch, because it is a cat, 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 cat. Dududududu, dudududu. Oh, fast hätte ich die Kibbelingang nicht gesehen. Ach, da ist ja der Typ. Hey! Wieso friedlich? Ja! Well, that's true, because I know what it is. You've come from the country in Kiers, haven't you? Well, whatever it is, this place is treacherous. Do you watch yourself? Okay. Ähm, yeah. So lange Emine nicht angreift, brauche ich ihn auch nicht angreifen. Ach, weiss was. Menschlichkeit. Rundarzt. Okay, tschüss. Ich hätte ihn nicht töten sollen, eigentlich. Verdammt, warum mache ich das immer? Wie viele Wades oder Lini-Mäuser habe ich verpasst? Äh, keine. Zum Glück. Ich glaube bis jetzt. Äh. Hat sich das nicht... Hä? Ich ziehe eine geheime Wand. Aha. Einleuchtefeuer. 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 Ah, mein Rücken. Ah. So. Ich muss den Hebe noch mal reindrücken, oder was? Dam-Dad-Dad-Dad-Dad-Dam-Dadadadadadadadun. Ah, jetzt geht's. Dam, Dadrom-Dam-Dum-Dadadadadadum. Dam, Dadrom-Dam-Dam-Dam. Ich möchte Angst, dass das aufs Side geht Durch den Nebel, schreit hin, bestimmt kommt jetzt Endboss oder sowas Oder auch nicht Schatz Ja, das würde ich gerade sagen Oh nein, die stehen ja wieder auf So Nein, die Akro-Köpfe Tschüss Oh, ist der gottverdammte Magier, der euch hier am Leben hält Ihr scheiß Viecher Ich muss mal was nachgucken So Au So Hier geht's nirgends weiter Hier liegen die da Geh weg Hier soll angeblich ein Schatz sein Friespawn Centurring Okay Frage ist, wie komm ich hier wieder hoch? Ist denn ne Leiter oder sowas in der Art? Ja Ähm Ähm So, dafür war das gut. Haufi hat der Bring, äh der Bring, der Ring auch was, äh auf mich bringt der Ring auch was, so. Da 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 da. Finstermode, Zernsring, gewertzügliches Hauberei, ja geil. Ich brauch, gave us help LP, hallo, hallöchen, lange nicht mal gesehen, oder so. Willkommen zum Stream. Regen nach Sonnenskabung, verstärkt Wunder, ja, verstärkt Wunder, Synergie, Falkenringen. Lalalalalala. Okay, irgendwas oder irgendjemand ist runtergefallen. Wieso erst noch in der Schule? Hä, wieso, wieso erst noch in der Schule? Lange ist es nicht her. Joa. Achja, jetzt weiß ich ja, wer du bist. Der Sack. Kann man die Dinger hier kaputt machen, ja, ne? Der Typ macht mehr Schaden, als die vier Könige. Das ist das Witzige. Und er killt mich sogar noch gleich damit. Auge des Todes. Au. Au. Ja, der Sack. Das zerbrecht mich aber nicht, ja. So. Ein Dämonen-Titanie-Bröckchen. So. Summ, 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 summ. Dann hier durch. Nein! Typ mit Axt, Typ mit Axt, Achtung. Au. Weißer Brocken. Kriegerseele. Aha. Ja. Ja, ich kann die ganzen Rad... äh... ... ... ...